hau die folge und willkommen zurück zu Coral Island wir haben eine neue Aktion gestartet und zwar die Leistungspunkte Einbewohnungssystem für die Beteiligung an der Gemeinschaft. Ich würde das so gerne persönliche Sprechgenauer läuten. Kommt vorbei. Beteiligung. Sollte. 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 Kaffee Das ist mein Berlingus-Pandell. 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 Puh, 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 Puh. Ich habe gesagt, pass auf wo du hilfst, ich muss. Wenn ich, dass niemand den Meinung gehört, wie gut kannst du hangen. Gut, dass gestern niemand krank geworden ist, ich hatte ein Bier zu viel und wäre nicht von Lutzen gewesen. Ich muss gestehen, ich bin kein grosser Freund des Frühlings, das ist einfach nichts für mich. Scheine Ich habe schon nichts für mich, es ist einfach. Hey du! Was hey du? Perfektes Timing! Komm und probier mal dieses Brot! Lecker, oder? Und so fluffig! Ich habe dieses neue Rezept ausprobiert. Damit das Brot so viel weicher. Wow, das ist das beste Brot, das ich jemals gegessen habe. Echt? Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber danke. Ich weiss die netten Orte zu schätzen. Morgen werde ich prä das Rezept schicken. Die bäckt ihr Brot selber, weisst du? Sie muss es mal damit versuchen. Nun ja, warum schicke ich? Ich esse dir nicht auch. Weisst du was? Ich glaube das mache ich. Könntest du mir mal ganz schnell helfen, wenn du schon hier bist? Ich habe die Hände voll. Könntest du bitte die Cakes aus dem Backrohr holen? Ich wäre sauer, wenn sie schwarz werden würden. Ach du meine Güte, bist du okay? Es ist passiert. Aber ich habe mich verbrannt. Ich habe nicht daran gedacht, einen Topf Handschuhe zu verändern. Oh nein, das tut mir so leid. Du armes Ding. Lass mich dir helfen. Es tut mir leid, was passiert ist. Ich hoffe deine Hand verheilt schnell, Rucola. Ich bin frei. Ich bin frei. Enkel, ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Ja, das ist gut. Das war's für heute. Gargaboy! Gargaboy! Versteigt die Spender! Weiß! Gut, gut. Wir haben den Kopf verehrt. Beton. Hier ist das Rezept, das wir bei seinem Laden für das Brot verwenden. Damit du zu Hause dein eigenes Backen kannst. Selbst kein Mass ist vermutlich billiger. Gut, gut. Der Extractor! Der Extraction der Essenz. Der Extractor! 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 Kann nur drei machen und dann die Räume. Das ist mehr so. Das ist mehr so. Geh mir zum Seetempel. 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 Mochi Mochi Bla 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 Ah